grüße euch das heutige thema ein familienhaus für klein budget kleines haus schlüssel fertig und ökologisch gebaut weil sie interesse habt bleibt natürlich dran so danke für eure fragen viele von euch haben mich natürlich auch aus unser team gefragt bitte zeigt doch mal was für ein klein budget also nicht direkt luxus willen sondern vielleicht ein haus oder eine grundsätzliche gute lösung attraktive lösung für zum beispiel single oder für ein ehepaar es geht darum um ein ökologisches haus sehr gut gelöst inklusive grundstück so erst mal einige sätze zum haus also ich zeige euch die grundvariante also das modell können wir natürlich breite und etwas schmaler machen gar kein problem hierbei handelt es sich um ungefähr 63 quadratmeter großes haus wo ihr zwei große schlafzimmer habt ein wohnzimmer mit küche oder küchenbereich und hinten eine waschraum plus der eingangsbereich der kapot ist nicht mit im preis enthalten aber kann selbstverständlich zusätzlich gebaut werden so wichtig für die jenigen die das plan also ihr müsst rechnen sieben meter breite mal neun meter länge das haus und sehr gut auf einem grundstück von 360 quadratmeter das grundstück ist zwölf meter lang beziehungsweise breit und 30 meter lang so dass ihr auf jeden fall noch fünf meter übrig habt bei einem standard haus von sieben meter breite also es passt ganz locker noch ein kapot dran da habt ihr zehn meter also sieben meter das haus drei meter kapot oder habt ihr zehn meter und das bleiben noch auf einer seite zwei meter frei das heißt ihr könnt ganz ruhig außerhalb des hauses zum beispiel ins hintere bereich gartenbereich gelingen so also noch mal zum bereich des hauses komischer gleich noch mal ganz kurze zwei erklärungen einmal das haus bieten wir schlüssel fertig an das heißt also schlüssel fertig ist schlüssel fertig komplett mit fließen mit kläranlage klärsystem etc inklusive fenster frage noch viel inklusive türen also das haus ist komplett schlüssel fertig was noch fehlt je nachdem welches grundstück ihr nimmt sind natürlich die hausanschlusskosten okay also wasser und strom von der straße aus ins haus gesehen also genau wie in deutschland oder anderen ländern so das grundstück ist inklusive wie gesagt zwölf meter auf 30 meter was 360 quadratmeter ergibt komplett im preis was wichtig ist ihr könnt natürlich in einigen bereichen das haus beziehungsweise die planung des hauses verändern inwiefern man kann es natürlich eine oder zwei wände etwas nach links beziehungs nach rechts schieben das kann man mit uns ganz gerne absprechen und das ist ja wichtig also es bleibt praktisch individuell geplantes haus so jetzt viele fragen natürlich zu den preisen so ich sage mal einfach so es ist kein problem ich gebe euch gerne die preise also bei dieser variante hausschlüssel fertig inklusive grundstück müsst ihr ungefähr bei der standardausführung mit ungefähr 75.000 us-dollar rechnen also es ist juli 2022 2022 und das angebot gilt je nachdem also auf jeden fall bis ende juli aber wir werden sicherlich es auch halten können bis ende august wir wissen in paraguay der dollar fehlt runter also der kurs des dollars von daher müsst ihr euch ja beeilen weil wir rechnen natürlich beziehungsweise viel auf der guarani basis also die hiesige währung in paraguay rechnen und selbstverständlich wenn der dollar fällt fällt so steigen ja die preise so oder so auch da von den baumaterialien so falls sie fragen habt natürlich selbstverständlich die ganzen kontaktdaten von mir persönlich beziehungsweise von unserem team gebe ich euch natürlich unten in der video beschreibung falls euch das video gefallen habt wenn die fragen habt dann ruft mich an per whatsapp beziehungsweise telegramm oder schreibt mir eine e-mail wir antworten gerne auf eure fragen und beraten sie gern am besten wenn sie natürlich persönlich vorbeikommen da können wir einige details gerne mit euch absprechen und das neubaugebiet was sich in der stadt piribebuy also in dem dritten departamento cordillera befindet gerne besichtigen und euch selbstverständlich das komplette angebot zu unterbreiten also bleibt gesund likes nach oben wie immer teil das video unter euren freunden vielleicht in sp paraguay auswendere und wir sehen uns im nächsten video danke macht's gut ciao ciao